hallo leute da bin ich schon wieder heute machen wir oder ich zumindest nicht ihr sondern ihr guckt ich backe hähnchen süß sauer dafür habe ich mir hähnchenbeine geholt und zwar die auch mit dem endstück sind die habe ich dann vom endstück getrennt und habe dann so ein teil und so ein teil so die habe ich dann mit stärke salz erst salz und pfeffer quatsch ich erzähle wieder von hinten also erst mit salz und pfeffer dann habe ich sie mit stärke meliert und dann habe ich aufgeschlagen und wälze sie jetzt in ein Ei wenn mein öl gleich heiß ist brate ich sie kurz an in der pfanne und lasse sie nur dass sie kross sind dass sie angebraten sind auf der haut und lege sie dann in eine auflaufform wenn die angebraten sind dann melde ich mich gleich wieder bei euch sonst wird es euch dann mal in der zwischenzeit schmirgeln meine hähnchenschenkel mit endstücken in der pfanne ich brate sie deshalb schon an weil sie gleich in der auflaufform noch für circa 45 bis 50 minuten 160 grad in den backofen kommen in der zwischenzeit habe ich die soße gemacht und zwar habe ich zucker und ketchup essig zitronensaft und soja soße zusammengerührt rezept in der infobox so dass sich der zucker aufgelöst hat das schütte ich gleich in der auflaufform über die hähnchentale und dann habe ich gedacht dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist mache ich noch ein bisschen gemüse dabei da habe ich dann champions paprikaschoten rote und eine gelbe und ein paar mörchen gestutzt geputzt und zusammen gewuselt das ist mir ja noch so etwas reingefallen eine schale der mag kann auch knoblauch noch rein machen aber wenn man dann noch einen termin hat oder irgendwo hin muss und stinkt dann nach knofi für viele unangenehm aber wer nicht mehr weg muss oder zu hause ist kann das gerne tun ich habe jetzt keinen drin weil wir noch heute nacht mittags einen termin haben und ich will auch nicht haben dass mein gegenüber dann vom hocker fällt so jetzt habe ich die teile alle scharf angebraten nehmen wir mal schon mal einen teil weg und kommt dann in die auflaufform so richtig rum richtig rum so 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 und dann so 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 1, 2, 3 mache ich den Ofen aus und dann schütte ich mein geputztes Gemüse drüber und verteile das so ein bisschen in der Auflaufform so weil das geht ja jetzt auch noch ineinander im Laufe der Zeit so sieht das schon schön bunt aus und jetzt kommt die Soße über alle Teile so dass jeder von diesen Teilen mal so ein bisschen Soße abbekommt und ganz wichtig ist wenn ihr das jetzt in den Ofen schiebt dann solltet ihr eigentlich so alle 15 Minuten mal alles durcheinander mischen mit zwei Löffeln damit alles so von der Soße abkriegt weil die karamellisiert dann auch noch ein bisschen und wie das fertige Ergebnis aussieht zeige ich euch gleich so jetzt sind 50 Minuten um und wie ihr seht alles ist wunderbar mit in Soße das Gemüse ist fertig und die Böllekes sind knusprig jetzt kann ich das so auf den Tisch stellen ich mache dazu Reis oder Reisnudeln je nachdem und schicke euch das wie gesagt das Rezept gleich in die Infobox versucht es mal macht es mal nach es schmeckt sau 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 lecker bis dann Tschüss Tschüss